Stehen wir mit Bitcoin vor einem extrem saftigen Pump? Leute, die Hinweise verdichten sich darauf, dass wir sehr bald mit dem Bitcoin-Preis sehr, sehr stark nach oben gehen werden. Nachdem ich euch ja in meinen letzten Videos zwei verschiedene Theorien gezeigt habe, habe ich jetzt im Zuge meines Research eine neue Theorie gefunden. Leute, diese Theorie könnte möglicherweise einen Hinweis darauf geben, wohin wir in den nächsten Tagen, aber eventuell schon in den nächsten Stunden mit dem Bitcoin-Preis hingehen werden. In diesem Video werden wir über diese Theorie bzw. über dieses gigantische Patan ganz genau und detailliert sprechen. Aber nicht nur das, Leute. Ebenfalls werden wir in diesem Video über unsere kleineren Timeframes sprechen. Gestern bereits hatte ich hier über dieses Falling-Vedge in diesem Bereich gesprochen und hatte ja gesagt, dass wir höchstwahrscheinlich aus diesem Falling-Vedge nach oben aussprechen würden. Herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist CryptoKero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Video. Wenn ihr wissen wollt, was jetzt in den nächsten Stunden, aber auch in den nächsten Tagen bevorsteht, insbesondere worauf wir uns vorbereiten sollten, solltet ihr euch dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau danach haltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank Leute und wir starten nun direkt mit unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart. Wie gesagt Leute, gestern bereits in meinem Video habe ich über dieses Falling-Vedge gesprochen und hatte gesagt, dass wir höchstwahrscheinlich aus diesem Falling-Vedge nach oben aussprechen würden. Genau hier in diesem Bereich können wir erkennen, dass wir aus diesem Falling-Vedge nach oben ausgebrochen sind. Ich möchte noch einmal gerne den Ausschnitt aus meinem gestrigen Video abspielen. Ein solches Falling-Vedge-Pattern ist ja in der Tat ein bullisches Pattern. Somit ist die Wahrscheinlichkeit aus diesem Pattern, dann letztendlich nach oben auszubrechen, etwas höher als das Risiko nach unten auszubrechen. Wie gesagt Leute, ich habe es angekündigt, dass wir eher nach oben ausbrechen würden als nach unten. Aber gehen wir einmal zurück zu unserem Bitcoin-4-Stunden-Chart. Jetzt das Problematische an diesem Pattern ist, wir sind zwar nach oben ausgebrochen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir nach oben ausgebrochen sind, haben wir ein ziemlich niedriges Volumen gehabt. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir sehr bald wieder mit dem Bitcoin-Preis unter diese schwarze, so wichtige Widerstandslinie fallen werden. Was ich mir aber ebenfalls vorstellen kann, ist, dass wir nun mit dem Bitcoin-Preis erneut auf diese schwarze Linie gefallen sind, damit wir dort einen Retest machen können und dann mit dem Bitcoin-Preis sehr, sehr stark nach oben gehen. Natürlich werde ich euch weiterhin darüber up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Die Links dazu findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung. Nun Leute, wie wird es weitergehen mit unserem Bitcoin-Preis? Ich hatte ja auch ebenfalls in meinem gestrigen Video gesagt, dass wir hier ein Preisziel von in etwa 51.900 Dollar haben, wenn wir dieses Pattern komplett bis zum Ende ausspielen sollten. Zuvor sind wir bereits hier in diesem Bereich über diese schwarze Linie ausgebrochen. Auch hier können wir sehen, dass wir nach dem Ausbruch noch einmal runtergegangen sind, bis auf diese schwarze Widerstandslinie, dass wir diese Linie retestet haben und danach mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen konnten. Ein solches Szenario kann ich mir ebenfalls hier in diesem Bereich vorstellen. Bevor wir mit unserem Bitcoin-Chart weitermachen, noch ein Wort zu unserem 4-End-Greed-Index. Wir befinden uns aktuell bei einem 4-End-Greed-Index von 28, ein ziemlich positiver 4-End-Greed-Index. Umso niedriger unser 4-End-Greed-Index ist, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass wir mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen können. Und dann schauen wir einmal auf unseren Bitcoin-Tageschart. Bitcoin hat weiterhin Schwierigkeiten, diese rote, so wichtige Widerstandslinie zu durchbrechen. Diese rote Linie war ja zuvor die Support-Linie von unserem Falling-Vedge und wir sind aus diesem Falling-Vedge nach unten ausgebrochen. Seitdem befinden wir uns unterhalb von dieser roten Linie. Nach wie vor ist es sehr, sehr wichtig für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin, dass wir es schaffen und diese rote Linie nachhaltig durchbrechen. Mit nachhaltig meine ich nicht, dass wir einfach nur über diese rote Linie ausbrechen, sondern dass wir zu dem Ausbruchszeitpunkt ebenfalls ein hohes Volumen haben. Umso höher unser Volumen bei dem Ausbruchszeitpunkt ist, desto wahrscheinlicher wird es dann auch werden, dass wir mit dem Bitcoin-Preis oberhalb von dieser roten Linie bleiben können und dann letztendlich mit dem Bitcoin-Preis weiter nach oben gehen können. Wenn wir es schaffen sollten und diese Linie nachhaltig durchbrechen, kann ich mir dann nämlich auch vorstellen, einen neuen Bitcoin-Long-Trade zu setzen. Auch darüber werde ich euch natürlich weiterhin up-to-date halten über meine verschiedenen Social-Media-Channels. Und Leute, gehen wir einmal rüber zu unserem Three-Rising-Valleys-Pattern. Dieses Pattern habe ich euch als einer der ersten vorgestellt. Ihr wisst ja bereits, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich euch die Information weitergebe, so bald wie möglich. Nun Leute, nach wie vor sieht es in unserem Three-Rising-Valleys-Pattern sehr, sehr gut aus. Wir haben hier unser erstes Valley, sind hier in diesem Bereich gebounced, sind mit dem Bitcoin-Preis nach oben gegangen. Danach ging es erneut runter bis zu unserem zweiten Valley. Hier sind wir zweimal gebounced und auch danach ging es mit dem Bitcoin-Preis erneut nach oben. Letztendlich haben wir hier ein neues Old-Time-High gefunden und auch danach ging es mit dem Bitcoin-Preis erneut nach unten. Mittlerweile befinden wir uns hier bei unserem dritten und wichtigsten Valley. Laut der Theorie von unserem Three-Rising-Valleys-Pattern müssen wir jetzt ebenfalls hier in diesem Bereich einen Support finden, dort einen Bounce hinkriegen und danach sollte es mit dem Bitcoin-Preis laut dieser Theorie nach oben gehen. Kurz gesagt, wichtig ist es aktuell, dass wir hier in diesem Bereich dieses Valley bilden können, dass wir danach mit dem Bitcoin-Preis hochgehen und hier diese gestrichelte Linie durchbrechen können. Theoretisch haben wir hier ein Preisziel aus diesem Pattern, welches sich bei in etwa 108.000 Dollar befindet. Ein extrem bullisches Preisziel für die nächsten Tage, aber auch für die nächsten Wochen in Bezug auf Bitcoin. Auch über dieses Three-Peaks-Endomed-House-Pattern habe ich in meinen letzten Videos gesprochen. Hier war ich, glaube ich, aktuell der erste YouTuber, der diese Information rausbekommen hat und mit seiner Community geteilt hat. Man muss dazu natürlich auch fairerweise sagen, dass andere YouTuber auch schon über dieses Pattern gesprochen haben. Allerdings ist dies schon einige Monate her. Wie auch immer, Leute, hier besteht weiterhin die Frage, ob wir uns denn aktuell bei der Ziffer 26 oder ob wir uns aktuell bei der Ziffer 18 bewegen. Falls wir uns aktuell bei der Ziffer 18 befinden sollten, können wir laut dieser Theorie davon ausgehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis noch sehr, sehr stark nach oben gehen werden. Aber falls wir uns bei der Ziffer 26 befinden, können wir auch in diesem Fall davon ausgehen, dass wir mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen werden. Allerdings würde uns in diesem Fall nur noch ein kleinerer Pump bevorstehen. Wir könnten nicht mehr davon ausgehen, dass wir ein neues Old-Time-High in unserem Bitcoin-Chart erleben werden. Bei welcher Ziffer wir uns nun letztendlich befinden, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen rausbekommen und auch darüber werde ich euch natürlich weiterhin up-to-date halten. Aber nun, Leute, wie gesagt, im Zuge meines Research, nachdem ich euch ja bereits in meinen letzten Videos zwei sehr signifikante Theorien vorgestellt habe, habe ich nun diese neue Theorie entdeckt. Das sogenannte Bump-and-Run-Reversal-Bottom-Pattern. Dieses Pattern besteht aus drei verschiedenen Phasen. Einmal haben wir hier in diesem Bereich unsere Lead-In-Phase. Die zweite Phase ist die Bump-Phase hier in diesem Bereich. Laut dieser Theorie befinden wir uns nun bei der dritten und gleichzeitig letzten Phase von diesem Pattern. Wenn wir hier in diesem Bereich einen stärkeren Bounce erleben sollten, können wir laut dieser Theorie davon ausgehen, dass wir einen extrem starken Pump nach oben erleben werden. Dazu ist es allerdings, wie gesagt, notwendig, dass wir hier bei dieser roten Linie einen Support finden und dort in diesem Bereich bouncen und mit dem Bitcoin-Preis nach oben gehen. Auch darüber werde ich euch weiterhin up-to-date halten. Und Leute, bevor ich das Video beende, es gibt Neuigkeiten in Bezug auf V-Launch. V-Launch ist aktuell das meistgehypteste Projekt, was es jemals gegeben hat. Nun hat V-Launch verkündet, auf welcher Exchange deren Token gelistet werden wird. Ich würde euch vorschlagen, dass ihr ein Teil von dem Ganzen werdet. Leute, lasst euch dieses Projekt nicht entgehen. Geht auf deren Twitter-Seite. Dort erhält ihr alle weiteren Informationen in Bezug auf V-Launch. Vielen Dank, Leute. Das war es von mir für dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, denn so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr diese Art von Informationen immer genau dann erhaltet, wenn gerade etwas Spannendes im Bitcoin-Chart passiert. Und außerdem könnt ihr euch immer sicher sein, dass ihr stets von YouTube benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Bye, bye.